Leute, es ist schon wieder was Schreckliches passiert. Ich hab mich mit meinem ganzen Geld auf die Straße gelegt. Und als ich aufgewacht bin, war auf einmal alles weg. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Ach, scheiße. Und aus dem Grund gehen wir in das neue Level, die Collector. Okay, wie viel brauchen wir? Ich guck trotzdem mal nach. 600.000 oder 6 Millionen? Ach, keine Ahnung. Ich komm einfach mit ein bisschen Geld wieder nach Hause, okay? Jo, jo. Okay, gut. Einfach... Oh. Hallo? Was? Ja! Damit kann ich bestimmt Leute töten. Hallo? Oh, leider. Hallo? Ja, cool. Ich... Ich... Kann ich jetzt echt einfach hier durch? Jo, geil. Aber da komm ich doch gar nicht rein. Scheiße. Das sieht doch jetzt... Oh. Oh nein. Oh nein. Er hat's gesehen. Er hat's irgendwie gesehen. Ich verstehe nicht, warum oder wie, aber er hat's einfach mitbekommen. Dabei war ich doch so leise und so... Souverän. Hallo? Willi? Hä? Was machst du denn? Du hast... Das doch ganz eindeutig gesehen. Hier bin ich doch. Hallo? Oder kommt der von außen? Also scheinbar soll ich ja nicht da durchgehen. Dann, äh... Jo. Guck ich mich mal weiter um. Ah. Ah. Kann ich da rein? Komm ich... Ah. Okay. Okay. Hallo? Der hat mich bestimmt noch gar nicht gesehen. Weißt du, dass ich da bin? Du hast dich doch sogar schon bewegt. Wo bist du denn? Willi? Bist du da? Du weißt, dass ich hier bin, oder? Hängst du hier zufällig irgendwo fest? Wenn ja, dann sag was. Piep mal. Als ob ich jetzt einfach davon kommen würde. Hä? Tür kann ich auch nicht von innen öffnen. Okay. Ja gut. Dann, äh... Wenn ich jemanden sehe. Oh. Komm. Nein, was? Der hat mich mit seiner Taschenlampe. Du Mörder. Ich kann die... Ich kann die aufheben. Sie schwebt. Ich habe telekinetische Fähigkeiten. Halla. Weil die einfach keine Waffen haben. Warum hast du denn keine Pistole? Oh. Das sieht sehr schön aus hier. Gibt es einen Geheimraum oder so? Ach, bitte. Bitte. Als ob. Das ist so ein Klischee. Das war's? Und was bringt mir das jetzt? Oh. Oh. Der ist Geld. Warum ist der einfach... Also das, ähm... Ist nicht unbedingt klug. Ja, das sieht sehr, sehr nach einem Geheimgang aus. Aber ob sich da jetzt irgendwas geöffnet hat? Keine Ahnung. Vielleicht... Vielleicht... Nein. Das ist... Ich habe ihn getroffen. Ich habe ihn einfach schon... Ja. Oh Gott. 25% Leben. Scheiße. Wenn noch eine Wache kommt, bin ich tot. Oh Gott. Schnell. Ich brauche doch... Einfach nur ein bisschen... Ein bisschen Geld. Notfalls gehe ich auch anschaffen. Hier ist einfach gar nichts. Was hat das denn gebracht? Okay. Da ist auch nichts. Locked. Oh. Okay. Locked. Open. Geheime Banknotizen. Wieder ein paar kleine... Oh, ein Schlüssel. Ah. Sowas gibt es auch. Oh, eine Münzsammlung. Geil. Danke. Die brauche ich ganz dringend. Sorry. Ja. Wie verpackt sieht das denn aus? Richtig schlecht. Alter. Kann das sein, dass ich schon... alle gekillt habe? Lol. Ja, klar. Als ob. Artefakt. Ich habe eine neue Waffe. Ich habe einfach ein Schwert. Was ist das denn? Gibt es hier was Tolles? Vielleicht was zum Heilen? Mikrowellenpizza. Ah, schade. Schade, schade. Da ist alles weg. Okay. Da ist die Taschenlampe. Hier muss irgendwo noch eine Falle sein. Auf jeden Fall. Das kann es nicht gewesen sein. Oh, ich müsste genug Geld haben. Theoretisch bin ich fertig. Oh. Oh ja. Okay. Wie komme ich da durch? Kann ich jetzt einfach nach Hause? Soll ich da durch? Dann wird Alarm geschlagen. Oder sterbe. Wenn ich da jetzt drin sterbe, ne? Okay. Nur Alarm. Kein Problem. Kommt hier irgendwer? Oder seid ihr jetzt echt alle tot? Ich habe gerade ein bisschen Angst. Vor allem, wofür war das? Das würde mich so sehr interessieren. Ja, hör auf. Ich habe es begriffen. Ich habe es doch begriffen. Alarm ist losgegangen. Ich war ganz böse. Die war abgeschlossen, ne? Oder? Ne. Da war ich noch nie drin. Okay. Genau. Hier durch. Dann hier durch. Und dann sind die zu gewesen. Okay. Ja. Bisher lohnt es sich noch nicht. Gibt es hier nichts Fettes? Da ist was. Oh, Alter. Lol. Hä? Wo bin ich denn? Ein geheimer Schatz. Alter. Hier wartet doch irgendwo ein Typ. Oh. Hallo? Ah, das war vielleicht der Geheimgang. den ich geöffnet habe. Hier bekommt man auch ein Schwert. Okay. Ja, scheinbar. War es das? Ich habe keine Ahnung, wofür der Knopf da unten war. Aber das kann ich ja mal ganz kurz überprüfen, oder? Kann ich den? Ne, ich konnte den leider nicht zurückstellen. Scheiße. Das ist doof. Kann ich jetzt? Ja. Oh. Ja. Das war's. Ich habe es hinbekommen. Alter, wie einfach war das denn? Ich gehe noch mal rein. Okay. Das ist der erste, Willi. Hier gab es eine bessere Waffe. Warte. Ey. Ich hätte eigentlich schon wieder getroffen. Es ist so dumm, ey. Es ist so dumm. Ich habe dich eigentlich schon längst getroffen. Warum versteht ihr das denn nicht? Aber egal. Ich habe jetzt ein Schwert und das reicht mir. So, ich will nur nach oben. Ich will nur wissen, ob ich recht hatte. Oh Gott, wo war das denn? Da ist der Schlüssel. Der scheinbar unten die Tür öffnet und auch oben die. Sekunde. Jetzt kann ich da rein, ne? Ja, 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 ja. Okay. Zack. Dann hier hoch. Da sind die Gemälde. Und das ist schon mal offen. Okay. Okay. Da das offen ist, bin ich gespannt. Ja. Wofür zur Hölle? Ist das deine Bibliothek? Ich verstehe es nicht. Oh. Ja, komm. Warum muss ich denn jetzt dreimal... Was für eine dumme Scheiße. Die Waffe ist einfach nicht stärker als der Hammer. Hä? Geht das dann zu? Ja. Hä, warum war das denn offen? Was soll das denn? Ey, das bringt ja mal absolut gar nichts. Lol. Ernsthaft? Spiel? Ey. Oh Gott. Und jetzt kommt noch ein kurzer Einblick, warum ich das Banklevel noch nicht gezeigt habe. Dann kann ich mich gezielt umschauen, sobald die Mollucks... ...tot sind. Moment. Also... Das war auf gar keinen Fall so gedacht. Hä? Alter, ist das... Oh. Ist das eine... komische Map. Fuck. Wenn man weiß, wo genau die langlaufen, dann geht das ja wahrscheinlich, aber... ...bist du mal das herausgefunden? Was? Warum? Okay, Leute. Dann bewertet den Part und wir sehen uns vielleicht bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Bis dann.